Mein Name ist Frank Bablik, bin Jahrgang 1970, komme aus dem Gebiet Frankfurt. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann und Betriebswirt LTD. In dem Zuge habe ich immer schon mit Marktleirtätigkeiten zu tun gehabt und aufgrund einer beruflichen Veränderung habe ich mich entschieden, 2012 zu Falk Immobilien zu wechseln. Falk Immobilien bietet uns als Partner eine Vielzahl von Möglichkeiten der Vermarktung, unter anderem 3D-Rundgänge, die Internetportaleinschaltung mit 130 Stück. Die Grundrissaufbereitung ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Dann eine Maklersoftware, die zur Verfügung gestellt wird, die sich ein normaler gar nicht leisten könnte, immer mit Updates zu versehen. Online-Schulungen werden wöchentlich angeboten zu verschiedenen Themen. Eine Hotline, die rund um die Uhr zur Verfügung steht, auch für interessente Kunden. Zu guter Letzt die Buchhaltung, wer macht das schon gerne, die wird komplett übernommen von der Zentrale. Sie haben damit nichts zu tun. Sie sind nur für den Verkauf zuständig, für die Vermarktung und die Betreuung ihrer Kunden.